In diesem Video gebe ich dir einen Einblick in das Störungsbild der Otitis externa. Die Otitis externa ist eine Außenohrentzündung, also eine Entzündung des äußeren Gehörgangs, im weiteren Sinne auch der Ohrmuschel. Beim Menschen wird die bezeichnende Primär für eine Entzündung von Cutes und Subcutes des äußeren Gehörgangs verwendet, wobei das Trommelfell und die Ohrmuschel mit betroffen sein können. Ursachen für eine Otitis externa sind Aufweichen der Gehörgangshaut durch Flüssigkeiten, kleine Verletzungen, z.B. mit Wattestäbchen oder auch eingedrohene Fremdkörper mit einer nachfolgenden lokalen bakteriellen Infektion. Die häufigsten bakteriellen Erreger der Otitis externa des Menschen sind dann Pseudomonas aerogenosa und Staphylokokken. Die Pseudomonaden kommen in warmem Wasser vor und sind dabei auch chlortolerant, die Otitis externa diffusa ist daher eine häufige Erkrankung während des Badeurlaubs und wird deshalb auch Badeotitis genannt. Die Otitis externa kann auch eine Manifestation einer generellen Hauterkrankung sein, die sich besonders stark an der sehr empfindlichen Haut des Gehörgangs zeigt. Hierbei können auch Allergien oder Autoimmunerkrankungen als Auslöser in Frage kommen. Die Hautsymptome sind starke Schmerzen und Juckreiz. Außerdem können Fieber, Schwindel und Übelkeit auftreten. Besonders schmerzhaft sind Druck auf den Tragus und Zug an der Ohrmuschel, das sind die externer Punkte. Der Tragus ist die anatomische Bezeichnung für jenen Knorpelanteil der Ohrmuschel, der eine Erhebung vor dem Eingang des äußeren Gehörgangs bildet. Je nach Ausprägung und Erreger ist die Haut gerötet und geschwollen oder es treten weitere sogenannte Effloreszenzen wie Pusteln, Papeln, Ulzerer oder Krusten auf. Auch Lymphknotenschwellungen können auftreten. Im mehr oder weniger zugeschwollenen Gehörgang findet sich sogenanntes abgeschilftetes Material, sogenannter Detritus. Nicht selten näßt der Gehörgang oder es findet sich auch sogar eitriges Sekret. Wegen des zugeschwollenen Gehörgangs kann auch das Hörvermögen vermindert sein. Das Schlafen auf der Seite ist je nach Stärke der Entzündung kaum bis gar nicht möglich. Die Behandlung richtet sich nach der Ursache und berücksichtigt prädisponierende und auch aufrechterhaltende Faktoren. Eine gründliche Reinigung oder Spülung des Gehörgangs ist notwendig, eventuelle Fremdkörper müssen entfernt werden. Hier gilt, eine gründliche Säuberung ist die halbe Therapie. Zudem wird auch ein mit konzentriertem Alkohol oder Ohrentropfen getränkter schmaler Muldstreifen eingelegt. Die eingesetzten Ohrentropfen enthalten meist Antibiotika und auch entzündungshemmende Wirkstoffe, nicht selten auch Alkohol zur Desinfektion und Austrocknung. Sie dürfen aber nur verabreicht werden, wenn das Trommelfell noch intakt ist. Nur in besonders schweren Fällen ist die systemische Gabe eines entsprechenden geeigneten Antibiotikums erforderlich. Bei einem sogenannten Gehörgangsvorunkel kann auch eine Inzision sinnvoll sein. Wärme ist eher nicht zu empfehlen, sie verstärkt häufig nur den Schmerz. Bei Milben werden sogenannte Akarizide eingesetzt, wobei auch dieses Medikament zumeist lokal angewandt wird. Bei allergisch oder immunbedingten Otididen werden entzündungshemmende Wirkstoffe, also Glucocortigoide, eingesetzt. Mögliche Gefahren bei einer Otitis externa sind die Infektionsausbreitung in das umliegende Weichteilgewebe, das Übergreifen auf das Trommelfell sowie in Extremfällen auch eine Knochenmarksentzündung der Schädelbasis mit multiplen Hörnerven ausfällen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017